Moin Leute, willkommen zu einer anderen Folge von Let's Play Pokémon. Weiße Edition. Höchster Angriff. Ich glaube wir haben jetzt alle Träne besiegt. Meine ich. Eigentlich wollte ich jetzt keine Folge mehr aufnehmen, aber egal. Starteck. Starteck, oh. Das kann nur zurückgehen. Ich weiß ja gar nicht wie die Arena überhaupt ist. Ich hoffe die Arena ist nicht so schlimm am Level. Ich meine ich müsste auf den Level dann auf dem wir jetzt sind. Ich glaube aber ich habe alle andere Judo oder Tanken eigentlich. Äh, sonst ist es so, 5 Dicken in der Atom. Kraftfeld auf Level 11. Das wäre nämlich geil. Aber Judo wird es nochmal 2 Level hochkriegen. Oder 3. Weil... Ich habe 2 Level dann kriegst du nämlich eine Kampfattacke. Dann hätten wir in der Arena eine gute Chance. Weil Arena ist eine normale Arena. Ja. Ich habe noch das mal Platz in der Arena. Das war schon mal so. Ich habe noch mal den Lernbeeren. Okay. Ich habe noch einen Lernbeeren. Ich habe noch mal den Lernbeeren. So, I'm sorry. Is it some effecting? Yeah, it doesn't get some effecting, fuck. Ah, okay, wir sollten auch wieder wenigstens. Hey leloo. Ich habe die Olu-Leute. über Level 12, weil dann haben wir den Vorteil, dass wir halt der YOLO einsetzen können in der Arena Wie viel braucht eigentlich, welchen Korb man noch? 100 1 50 150 so cute so Ich werde jetzt irgendwas gut auftauchen Ja, okay, guck auf Ey, guck auf 2 2 4 5 5 6 6 5 8 9 10 10 11 12 10 14 14 Oh So... Oh, 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 oh. Ich bin so gut! Okay, okay. Oh, der ist echt fast nur so. Ja, ich meine ich bin echt K.O. Wenn die Sand ist, können wir dann save-creater. Ich bin jetzt alle anderen. Oh, ich bin jetzt besser. Okay, ich möchte Päckchen-Pastlein. er will zählen aber wenn er bei 10 mal 10 30 oder so Okay. Ich mach mich einfach mal kurz aufhören. also bis meine noch so kann man einsetzen weil wir haben keine afi mehr haben wir ja keine api mehr wie denn das ist auch nicht ganz aus Ich will es auch noch weiter an Reolo trainieren. Ich brauche einen Samtglock oder so, damit ich zu Lärm wicke. So. 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 Oh, wenn du Emp Zach gabst nicht. So. 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 Oh, ein Nagelux. Oh, einfach Level 11. Das ist einfach an dem EP-Teiler, also dem neuen EP-Teiler ist praktisch, dann muss ich immer wieder gefühlt 200 Jahre griten, um halt alle Popen auf einen, also um es auf selbe Level zu bringen. Ich weiß schon, dass ich angenehm war. Was ist das, Level 11? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Riolo. Attacken durch Level-Auftieg. Ach, es war ein schwarze Weiß 1 auf schwarze Weiß 2 auf Level 15 erst. Oh, ne. Ne, 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 ne. Ah, okay, war jetzt vielleicht auch zu einfach wie eine Arena wäre. Bis zum nächsten Mal. Oh, new Levitin. Spot. 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 So. So, jetzt, jetzt haben die ganze neue Loot auf, oder wie jetzt? Ja, das ist für die Pfad, oder? Drei Rioulos in Folge? Was? WTF? WTF? Ich meine es waren drei im Folge. Aber es werden halt drei Stück relativ in einer Anzahl abgeben. auch kommen lassen wir noch der wird 12 bereichen Autoro will eher die Orla auf einem anderen Level haben. Aufmerksamkeit. 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 Ach nee, dann hätte ich mir geparaten. Was? Ich habe mich nicht mehr aufmerksamkeit. Ich habe mich nicht mehr aufmerksamkeit. Die Psychialken. Ja, ich habe mich nicht mehr aufmerksamkeit. Ich kann es nicht mehr aufmerksam? Ich muss nicht mehr aufmerksamkeit. Ja, Clef, lebe es hier, wow. nur da kann ich angreifen und lass mich jetzt wehs noch hier du willst auch Level 12 und dann noch Autorau auf Level 14 bringen Quatsch ja komm mal, es muss doch bitte reichen dann muss es bitte reichen er hat nicht aber das Level muss wirklich reichen ja, für Level 12 reicht es, nice ich würde mich mal interessieren, wie extrem würde ich trainieren um zu entwickeln ich würde sagen, Otto holt es an die Kutzeskrieg da hätten wir einfach ein Level 10, 2, 1 10, 2, 14 oh oh das ist grad schon cool Quatsch ich werde es jetzt da eigentlich gefüttert gar nicht ich werde es jetzt das einfach Oh Let's go Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Ich bin kurz wie kein Zelfenfargo wieder an mir. Oh Let's go Let's go I'm not too late Because I'm going to get out of here I'm going to win I'm going to win I'm going to win I'm going to win I will win Not long Alright wed Questo That seems стало Oh. Oh. I'm not deep enough. Das ist ein nechter Rang. Schwarz. Ne, okay, ist er umgedreht. Schwarz. 107 Ep noch mal. 17 Ep gerade mal, what the fuck. 12 Ep. 11 Ep. 12 Ep. 13 Ep. 13 Ep. 13 Ep. 15 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 Ep. 19 Ep. 20 Ep. 20 Ep. 15 Ep. 15 Ep. 15 Ep. 15 Ep. 15 Ep. Oh Let's go Hey, entschuldige mich für die Mülligkeit, ich sag's euch Hey, ich werde unbedingt das Level noch schaffen Weil ich hier mal da eine Zahl 14 Fehler haben werde, entweder 12 oder 14 Was? Komm auch noch mal kurz für die... Jawohl, ey Gut, da würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute, wenn's euch gefallen hat für den Video gehört nicht gut Und jetzt nicht den Kanal zu abonnieren, da war fast noch nix mehr Bis zum nächsten Mal, und tschau, tschau Bis zum nächsten Mal.